Na, wie ist es? Hi. Ja, ich bin heute liegen geblieben. Das war eine Katastrophe, ich sag's dir. Oh. Soll ich ihm sagen, dass ich auch schon mal liegen geblieben bin? Obwohl, dann denkt er vielleicht, ich rede nur wieder über mich. Oh nein, jetzt schaut er auch noch. Los, überleg dir irgendwas, sag was, schnell. Ich hatte auch schon mal ein 6.12. Das war jetzt wirklich selten dämlich. Komm, überleg dir was anderes. Blümmer kannst du nicht mehr werden, los. Bei dem ging alles. Okay, tschüss.